Wir waren heute am See und ihr glaubt nicht, was wir dort heute entdeckt haben. Einen Citroën DS21. Ein Auto, das nicht über Straßen fährt, sondern über Straßen schwebt. Einer Göttin gleich. Es stellte die Automobilwelt damals auf den Kopf. Mit dem einzigartigen und futuristischen Design sowie den technischen Innovationen war die Göttin ihrer Zeit meilenweit voraus. Dieser Klassiker, gebaut im Zeitraum von 1965 bis 1972, verfügte schon damals über ein adaptives Kurvenlicht, ein innovatives, hydropneumatisches Fahrwerk und einen CW-Wert von knapp 0,38. Der Citroën DS wirkte damals derart anders, dass mancher Betrachter den neuen Citroën mit einem Raumschiff verglich. Dieses Modell bleibt ein Meisterwerk der Automobilgeschichte, das für Eleganz und technologischen Fortschritt zugleich steht. Und jetzt sagt ihr mir mal, würdet ihr so einen Klassiker, einem modernen Fahrzeug, vorziehen?